Ich habe Angst, dass ich bitter und zynisch werde, wenn ich all das lese und erlebe, wie Gott im Leben von anderen Menschen eingreift, wie er wirklich froh macht, wie er wieder lebendig macht, wie er rausreist aus Finsternis und Krankheiten heilt. Und in mir fühlt sich nur noch alles an, als wäre es abgestorben und leblos. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Auch wenn es ein wenig martialisch klingt, so weiß doch jeder, der einmal eine Depression durchmachen musste, welche inneren Kämpfe damit verbunden sind. Da braucht man dann schon einen Panzer der Abwehr und der Waffen, um damit klarzukommen und dieses zu besiegen. Unser heutiger Gast hat ihre Waffen im Glauben gefunden. Herzlich willkommen, Desiree Wiktorski. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne, Desiree. Ich fange gleich mal mit einem biblischen Zitat an aus dem ersten Buch Mose, Buch Genesis. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das ist ein Zitat, was für Sie eine Rolle spielt. Was steckt dahinter und was steckt da auch für eine Erfahrung von Gott hinter? Was ist Gott für Sie durch dieses Zitat? Also mir ist dieses Zitat begegnet oder ganz neu in den Sinn gekommen, als ich in einer Lebenssituation war, wo ich unglaublich viel gekämpft habe, innerlich mit mir oder gegen mich teilweise auch. Und wo ich auch das Gefühl hatte, man sagt ja immer, Gott kämpft unsere Kämpfe und wir leben als Christen auf der Siegerseite und so weiter. Es gab diese ganzen Verheißungen, es gab all die Zusprüche, die ich in der Bibel gelesen habe und die ich auch geglaubt habe, aber die eben in einer ziemlich schmerzhaften Diskrepanz zu dem standen, was ich zu dem Zeitpunkt erlebt habe. Und in dieser Situation ist mir irgendwann mal dieses Bibelwort, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, in den Sinn gekommen. Und es hat für mich perfekt das widergespiegelt, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Eben, dass Gott nicht für mich kämpft, sondern dass ich mit ihm in den Ring gestiegen bin, dass ich mit ihm ringe um Wahrheiten, ringe um Verheißungen, die er mir gegeben hat, die er mir auch persönlich zugesprochen hat und die ich aber nicht sehe. Und sie sagten eben, dass Kampf mit Waffen und sowas etwas sehr Merzialisches hat. Und meine Erfahrung ist, es ist eben auch etwas sehr Heftiges, wenn man auf diese Art und Weise nochmal ins Kämpfen kommt und den Glauben und sich selbst zum Grund auf in Frage stellt und auf Tuchfühlung mit Gott geht im Kampf. Also dieser Kampf war vor allen Dingen ein Kampf um das Glauben können oder wie soll ich das verstehen? Oder war das nie ein Problem? Also da war Gott, das war für Sie klar, aber Sie hatten bestimmte Vorstellungen, mit denen Sie zu kämpfen hatten? Also ich glaube, es wäre mir fast leichter gefallen, wenn ich an Gottes Existenz grundsätzlich gezweifelt hätte. Aber daran habe ich nie gezweifelt. Ich habe eben daran gezweifelt, ob das, was er in seinem Wort verspricht, das wie andere ihn erleben, ob das auch mir persönlich gelten kann. Und ja, also es war ein Kampf letztlich um den verheißenen Segen. Und deswegen ist diese Bibelstelle auch so passend für mich, weil Jakob ja auch mit Gott trinkt und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Ich lasse dich nicht los, bis ich das sehe und erlebe, was du verheißen hast. Und ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass du es kannst. Und jetzt möchte ich es auch erleben. Ein bisschen wie so erpressen, Gott erpressen. Also ich finde das ja super. Also man könnte ja auch sagen, nein, oh gnädiger Gott und so weiter, ich gebe mich dir ganz hin. Aber das ist ja praktisch wie so ein bisschen auf gleicher Ebene großartig im Alten Testament, wie das dargestellt ist. Ich darf mit dir kämpfen, ich darf dich auch herausfordern. Haben Sie so verstanden? Das fand ich das Wunderbare daran, dass wir wirklich so, ich sagte eben schon, auf Tuchfühlung mit Gott gehen können, weil im Ringen kommt man sich ja unglaublich nah. Aber für mich hatte es damals nichts von erpressen. Es war eher ein, wie soll ich sagen, ein Mut, der aus der Verzweiflung herausgeboren ist. Wieso waren Sie denn so verzweifelt? Was hat denn passiert? Also ich war zu dem Zeitpunkt in einer schweren depressiven Episode. Ich hatte immer mal wieder Probleme damit in meiner Jugend und war dann wieder mal in einer Phase, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Aus unterschiedlichen Gründen hat es dazu geführt. Aber das Schlimme an der Depression ist ja, dass es dafür nicht immer die eindeutige Erklärung im Außen geben muss. Es ist ja nicht so, dass irgendwas passiert und dann geht es einem schlecht, sondern es ist ja wirklich eine Erkrankung, die biochemische Prozesse im Hirn auslöst oder damit verbunden ist. Und bei mir kamen darüber hinaus eben noch einige Dinge zusammen, dass ich einfach monatelang radikal über meinen Grenzen gelebt habe, dass ich einfach nicht gut für mich gesorgt habe, mich in vielerlei Hinsicht verausgabt habe. Und tatsächlich auch ein paar Dinge, die mir vorher Kraft und Freude gegeben haben, weggebrochen sind in meinem Leben. Und ich war dann eben an dem Punkt, Sie müssen wissen, ich bin hauptberuflich Lektorin bei GetMedien. Und mein Job ist es, Bücher zu lektorieren, in denen von Gottes Wundern berichtet wird, in denen Menschen erzählen, was sie mit Gott erleben, wie er eingegriffen hat, wie er geheilt hat, wie er ermutigt hat. Und damit musste ich mich jeden Tag weiterhin befassen. Und ich weiß noch ganz genau, es gab diesen einen Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe Angst, dass ich bitter und zynisch werde, wenn ich all das lese und erlebe, wie Gott im Leben von anderen Menschen eingreift, wie er wirklich froh macht, wie er wieder lebendig macht, wie er rausreist aus Finsternis und Krankheiten heilt. Und in mir fühlt sich nur noch alles an, als wäre es abgestorben und leblos. Also es war wirklich dieses Gefühl, was eben, ja, so der Endpunkt oder Höhepunkt, je nachdem wie man es sehen möchte von der Depression ist, dieses völlige innere Totsein. Wie hat sich das geäußert? Das ist ja für jemanden, der es nie erlebt hat, ziemlich schwierig zu beschreiben. Sie sagen gerade, also es ist wie innerlich tot sein. Was bedeutet das? Kommen da keine Gedanken mehr oder keine, ja, inwiefern tot? Also Gedanken kommen, aber es sind immer dieselben zermürbenden, negativen Gedanken. Man kommt unheimlich schnell in diese Abwärtsspirale an schlechten Gedanken über sich selbst, eben an Kämpfen gegen sich selbst und, ja, also dieses Nicht-Gefühl von, dass einen nichts mehr berühren kann, dass einem nichts mehr Freude machen kann. Also ich erinnere mich noch, ich war bei einem Hausarzt, weil mein eigentlicher im Urlaub war und habe ihr meine Situation geschildert und sie sagte dann zu mir, ja, dann machen Sie doch mal wieder was, was Ihnen Freude macht. Und da konnte ich wirklich nur müde lächeln, weil ja genau das das Problem war. Also selbst Dinge, von denen ich wusste, normalerweise verlebendigt mich das, wenn ich zum Beispiel singe, wenn ich in der Natur bin oder so. Aber es hat einfach nichts mehr mit mir gemacht. Das ist ein Gefühl von einer unendlichen Schwere und Anstrengung und wirklich einer buchstäblichen Lebensmüdigkeit. Und dieses Gefühl, was diese Ärztin bei Ihnen ausgelöst hat, ja, du hast gut reden wahrscheinlich, so klein hast du es so ein bisschen so an, was erzählst du denn da? Ja, war das ein ähnliches Gefühl Gott gegenüber dann auch, weil ich das eben so verstanden habe, da war ein gewisser Zynismus oder es kam Ihnen vor, ja, bei denen passiert da ständig was, aber bei mir passiert nichts? Ja, es war eine Enttäuschung und ein Frust, aber gleichzeitig, was eben auch typisch für eine Depression ist, dass es sich in eine Selbstanklage verwandelt. Also dass ich dann auch irgendwann an den Punkt kam und dachte, okay, anscheinend kannst du halt nicht richtig glauben oder nicht gut genug glauben, dass Jesus eben nicht einfach deine Freude ist wieder und dass du wieder Hoffnung fühlen kannst. Also unterm Strich war dann auch so dieser Punkt, okay, irgendwas stimmt mit dir halt nicht, du kriegst es halt einfach nicht hin. Und das war so eine Mischung aus beidem. Und ich habe dann irgendwann, es war, ja, war ich zu Hause, ich habe so eine kleine Gebetsecke bei mir eingerichtet und weiß noch, wie ich wirklich, ja, unter Tränen auf meinen Knien waren, gesagt habe, Gott, ich kann einfach nicht mehr und entweder muss ich jetzt loslassen, weil ich eher das Gefühl habe, ich muss meinen Glauben noch festhalten, als dass du mich festhältst, oder du musst jetzt wirklich das tun, was du gesagt hast, dass du meine Kämpfe kämpfst. Und ja, deswegen würde ich sagen, war der größte Sieg in diesem Kampf mit Gott eigentlich eine Kapitulation, dass ich in dem Moment wirklich gesagt habe, okay Gott, ich reiße meine Hände hoch, ich habe sogar nicht mal mehr die Kraft, dass ich mich um meinen Glauben kümmern kann. Und in meinem Buch habe ich auch geschrieben, nur wenn man einmal wagt, wirklich loszulassen und sich fallen zu lassen, dann kann man herausfinden, ob Gott wirklich trägt, ob er wirklich hält, was er verspricht. Wie haben Sie das denn hinbekommen? Weil also erstmal klingt es ja so wie, der Glaube war keine Befreiung zunächst mal, sondern eher noch etwas, was mehr Druck gemacht hat, nach dem Motto, anderen wird geholfen und ich habe das jetzt also auch ständig probiert und gebetet, aber nichts passiert, also irgendwas mache ich falsch, also nochmal zusätzlicher Druck. Dann, und Depression macht einen ja vermutlich vollkommen kraftlos, dann aber nochmal die Kraft zu finden und zu sagen, so jetzt versuche ich es aber mal so alles loszulassen. War das einfach mal gerade eine gute Phase, dass das geklappt hat oder was hat dazu geführt? Naja, es war tatsächlich, weil mir nichts anderes mal übrig blieb. Also man sagt ja auch, am Ende seiner selbst ist der beste Ausgangspunkt, um Gott wirken zu lassen. Wenn man erst ganz im Staub ist. So ungefähr, weil ich vorher eben immer noch so in diesem, ich muss es schaffen, ich muss jetzt gucken, dass mein Glaube wieder lebendig wird, dass ich wieder Hoffnung und Freude empfinde. Es war, es war eigentlich ein Nicht-Vertrauen, obwohl ich so alles in mir vertrauen wollte, war es trotzdem was, was ich versucht habe selbst zu produzieren. Ach so, Sie mussten es machen und Sie haben es nicht Gott überlassen wollen. Genau, genau. Und mittlerweile ist deswegen auch einer meiner absoluten Lieblingsverse, den ich zwar vorher schon kannte, aber noch nie so richtig für mich durchbuchstabiert habe, eben der Vers, Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn man das wirklich, wirklich lebt und ja, wirklich glaubt, dann fällt dieser ganze Glaubensdruck oder dieses ganze Ich-bin-für-meinen-Glauben-verantwortlich-Gefühl von einem ab. Aber für mich war eben tatsächlich dann auch ein konkreter Schritt, der das Loslassen betrifft, betroffen hat, eben Hilfe anzunehmen, professionelle Hilfe anzunehmen in Form von einer Auszeit in der Klinik, in der christlichen und wirklich auch, ja, mir da helfen zu lassen und eben nicht zu denken, ich muss das jetzt alleine hinkriegen. Das war der Tiefpunkt, nehme ich an, der tiefste, den Sie erlebt haben. Kann man das noch, auch lässt sich das noch anders beschreiben? Weil Leute, die keine Depression mitgemacht haben, können sich schlecht vorstellen, was das eigentlich ist. Also, waren Sie wie gelähmt, sind Sie aus dem Bett gekommen? Wer hat Sie denn dann irgendwie zur Therapie gebracht? Also, wenn Sie selber nicht mehr die Kraft hatten, wie war das in der Situation? Also, man muss dazu sagen, Depressionen haben ganz unterschiedliche Gesichter. Also, bei den einen ist es tatsächlich so, die dann gar nicht mehr aus dem Bett kommen. Das war bei mir nicht der Fall, was aber auch damit zu tun hat, dass ich einen sehr, sehr starken Willen habe, der aber auch dazu geführt hat, dass ich so lange zum Beispiel über meine Grenzen gegangen bin. Also, einen sehr starken inneren Antreiber, der mich eben dann weiter angetrieben und verknechtet hat, immer weiterzumachen, bis ich dann gar nicht mehr konnte. Im Endeffekt war es bei mir so, dass mein Umfeld, mein Mann, meine Freunde, meine Eltern auch auf der Arbeit reagiert hat und eben mitbekommen hat, dass ich immer schlechter aussah, immer schlechter gewirkt habe. Und ich hatte auch massive Schlafstörungen und kam einfach innerlich auch nicht mehr zur Ruhe und bin wegen Kleinigkeiten dann Tränen ausgebrochen. Also, es ist eigentlich was, was die Menschen, die einen wirklich kennen, merken und mich dann eben auch motiviert haben, das anzugehen und nicht mehr die starke Einzelkämpferin zu mieben. Nun haben Sie gesagt, es war eine christliche Therapie. Was heißt das denn? Also, es war eine christliche Klinik. Ah, okay. Genau. Es war keine christliche Therapie in dem Sinn, weil dort, also die therapeutischen Maßnahmen sind so gestaltet, dass Gott nur so weit vorkommt, wie man selbst als Patient, als Patientin das möchte. Aber es sind die normalen psychologisch-therapeutischen Ansätze. Aber es gibt eben auch das Seelsorgeangebot, es gibt Gottesdienste, es gibt Andachten. Und genau, man kann Gott einfach mit reinnehmen. Und man weiß eben, dass zumindest die meisten der Mitarbeiter dort auch gläubig sind. Und man weiß einfach, es ist so die gleiche Basis, von der aus man reagiert. Und eine Sache, die mir sehr, sehr hängen geblieben ist, ist ein Satz von einer Therapeutin, die einen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, viele Christen denken, wenn ich mich jetzt bekehrt habe, dann ist von heute auf morgen alles gut. Und dann bin ich ein neuer Mensch und Gott kümmert sich um alles. Und das stimmt auch auf einer Ebene. Wir sind eine neue Kreatur und das hat etwas komplett Neues in uns angefangen. Aber unsere alten Prägungen, unsere Traumata, unsere Charaktermuster, die sind ja nicht von heute auf morgen weg. Und sie hat das dann so wunderschön umschrieben, dass es eine wunderbare Zusammenarbeit ist mit dem Heiligen Geist und mit einem selbst und, wenn es nötig ist, eben auch mit Therapeuten oder manchmal auch mit Medikamenten. Und in dieser fruchtbaren Zusammenarbeit wird man immer mehr zu der Person, die Gott in einem sieht und auch zu dieser heilen und heiligen Person, die er in uns angelegt hat. Heiligen Person. Können Sie das übersetzen? Also wir haben ja bestimmte Vorstellungen von den klassischen Heiligen. Das meinten Sie ja vermutlich nicht. Nein, das meinte ich vermutlich nicht. Das ist auch Thema in meinem Buch. So eine falsche Vorstellung von Heiligkeit, die ja auch dazu führen kann, dass man sich Druck macht, weil man denkt, ich lebe nicht so heilig, wie man sich das vorstellen könnte. Bis ich ganz tief verstanden habe, was heilig im Ursinne bedeutet. Das heißt ja eigentlich abgesondert, herausgehoben und kommt auch von dem Wort whole, von ganz, von heil sein. Und das Heiligsein nicht ist, was wir tun, sondern eigentlich ein Status. Eine Zustandsbeschreibung. Eine Zustandsbeschreibung. Wir sind als Christen heilig in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekennen und damit dem Heiland, genau, Kinder Gottes werden und herausgehoben werden aus der Welt, aus unserem alten Leben sozusagen. War das für Sie, ich weiß nicht, wie lange Sie in der Therapie waren, vermutlich eine Zeit. Ja. War das dann so ein kontinuierlicher Anstieg auf den Gipfel der Besserung oder der Heiligung sozusagen? Oder gab es auch so Täler und Wellen und wieder Rückschläge? Also es war erstmal nochmal ein steiler Trampelfahrt nach unten. Es wurde tatsächlich erstmal schlechter, weil ich dann ja nicht mehr funktionieren musste, sondern diese restliche Anstrengung, die ich aufgebracht habe, um noch halbwegs irgendwie klarzukommen im Alltag, dann ja weggebrochen ist und auch alles rauskommen durfte, was ich unterdrückt hatte. Und also erstmal hat die Hoffnungslosigkeit tatsächlich zugenommen, weil ich dann dachte, okay, ich bin jetzt schon drei Wochen hier und mir geht es eigentlich immer nur noch schlechter. Und da war eben dieser Gedanke und die Erkenntnis, wie soll ich jemals, ja, heil, heilig, friedvoll werden, wenn ich mir selbst der größte Feind bin. Und das ist eben was, was ich bei ganz, ganz vielen Menschen, die mit Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten zu tun haben und auch bei manchen Christen, die irgendwie, wo der Glaube in eine Schieflage geraten ist, mitbekommen habe, dass da so eine sehr ungesunde Haltung sich selbst gegenüber ist, eine sehr, sehr große Härte und Ungnade. Also so barmherzig und gnädig, wie man anderen gegenüber sein kann. Das war bei mir zum Beispiel auch so, so unfassbar hart bin ich mit mir selbst ins Gericht gegangen. Was heißt das genau, was auch immer Sie getan haben, Sie haben das sehr kritisch betrachtet oder was bedeutet das? Ich hatte eine bestimmte Vorstellung von mir selber, wie ich zu sein habe und bin eben immer unter meinem Ideal geblieben und habe vor allem auch, ja, alles, was, also wo ich jetzt das Gefühl hatte oder auch wusste von der Bibel her, das sind Dinge, die Gott nicht gefallen, wie Neid, Eifersucht oder was auch immer. Da habe ich mich dann so drüber erschrocken, als ich das in mir entdeckt habe, was ich dachte, wie kannst du nur so ein Mensch sein? Du bist eine Heuchlerin. Und irgendwie so diese vielleicht banale Erkenntnis, dass es zum Menschsein dazugehört, dass man manche Abgründe hat, das wusste ich schon vorher, aber dass die Gnade, die Jesus mir gegenüber gezeigt hat, dass ich die auch selber mir gegenüber haben muss, weil ich sonst in einem gewissen Sinne mich der Gnade Gottes versperre. Wenn Jesus sagt, ich habe dir vergeben, du bist geliebt, du bist begnadigt, du bist Mensch, ja, es ist nicht alles toll, was du denkst und tust, aber genau dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Da bin ich dann, dass ich sage, nee, das stimmt nicht, das ist so schrecklich, ich bin eigentlich total nicht liebenswert und habe keine Gnade verdient. Das war dann der erste Schritt, da gab es dann sozusagen einen Riss in den Panzer, den Sie sich so gebaut hatten, nehme ich mal an. Nun ist das ja so, also irgendwann muss es dann zu dem wirklichen Aufbrechen gekommen sein, weil Sie eben gesagt haben, es ging immer noch tiefer runter. Können Sie das heute noch sich erinnern, wo es dann nach oben ging und was da war? Ja, es war tatsächlich der Moment, wo ich erkannt habe, ich bin mir selbst nicht hoffnungslos ausgeliefert. Ich bin den, das klingt jetzt spooky, den Stimmen in meinem Kopf, damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwelche, aber so diesen Antreibern, diesen negativen Bewertungsmustern, ich bin denen nicht hoffnungslos ausgeliefert und es gibt einen viel größeren inneren Handlungsspielraum, als ich vorher dachte. Und wir haben da auch ganz viel mit eben den inneren Anteilen gearbeitet und mir hat das total geholfen, dann quasi innerlich mal so auf Distanz zu gehen und wie so die inneren Anteile an den Tisch zu setzen und Jesus mit dazu zu setzen und sagen, so und jetzt reden wir mal und hören wir mal, so was ist jetzt eigentlich gerade los in mir. Und das war wirklich so dieser Schritt von, ja, ein bewusster Schritt raus aus der Opferrolle. Ich bin kein Opfer, auch kein Opfer meiner eigenen Gedanken und Gefühlen und Veränderung ist möglich, auch bei mir. Wir haben ja alle Stimmen im Kopf, also es ist ja gar nicht so spooky, sondern es ist ja vollkommen normal. Man redet ja im Grunde immer mit sich, ja, also bewertet sich damit auch. Die Frage ist ja, man nennt das ja heute irgendwelche Narrative, ja, also welche Erzählungen man über sich selber im Kopf hat und nach denen man gelebt hat. Und die sind ja irgendwann mal in einen hineingesetzt worden, sei es von den Eltern, von Erziehung im allgemeineren Sinne. Und sich von denen zu lösen, ist wohl wahrscheinlich das Schwierigste. Haben Sie da irgendwelche Möglichkeiten gefunden, welche, Sie haben eben gesagt, dann haben Sie Jesus an den Tisch gesetzt, das ist ein schönes Bild, aber haben Sie so irgendwelche Sätze, von denen man sagen könnte, die könnten allgemein auch helfen, die inneren Stimmen, die so destruktiv für sie waren, zu besiegen, also sozusagen Waffen des Lichtes zu finden. Ja, ja, Waffen des Lichtes ist ein sehr schöner Begriff. Tatsächlich ist es so, es ist schon der falsche Ansatz, wenn man sagt, ich muss diese Stimmen loswerden, weil ich glaube, das ist nicht möglich. Also das sind ja Anteile, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, weil sie irgendwann mal vielleicht auch für was gut waren. Es geht eher darum, wie gehe ich mit ihnen um und glaube ich ihnen? Und es gibt so einen Kernsatz, der mir so geholfen hat, glaub nicht alles, was du denkst. Und glaub auch nicht alles, was du fühlst, möchte ich ergänzen, weil das sind einfach keine guten Gefühle und Gedanken sind nicht immer die besten Ratgeber. Und bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich wirklich dann manchmal gedacht habe, wenn wieder so ein Gedanke kam, du bist so und so, dass ich dann wirklich so innerlich sage, ah ja, der wieder, ich höre dich, alles gut, aber ich glaube dir jetzt einfach nicht mehr. Oder dass man sich, es ist super wertvoll, wenn man sich mal so wirklich damit befasst, welche negativen Glaubenssätze existieren denn in meinem Leben und worauf falle ich immer wieder rein, wenn man die mal herauskristallisiert und dann den positiven Umkehrschluss bildet. Also zum Beispiel, ich werde nicht ernst genommen, dass man dann sagt, doch, ich werde ernst genommen und ich bin eine starke Person, wenn man an Gott glaubt, kann man auch sagen, weil Jesus mich stark macht, weil der Überwinder in mir lebt. Also dass man sich einfach Gegenargumente überlegt oder eben wirklich diesen innerlichen Schritt zurück macht und sagt, okay, kenne mal schon, aber ich habe dir jetzt lang genug zu sagen. Also das heißt, man kann sich selbst austricksen mit einer neuen Erzählung. In gewissem Sinne, man kann eine andere innere Kommunikationskultur entwickeln, sage ich jetzt mal. Und unterm Strich ist es das Wertvollste, was man tun kann, wenn man einfach die Stimme der Gnade lauter werden lässt. Und da gibt es ja Gott, der einem da wunderbar bei hilft. Gibt es Sätze, Glaubenssätze, von denen Sie sagen würden, die sind gefährlich im Allgemeinen oder waren auch für Sie gefährlich und die haben Sie umgedreht mit anderen Glaubenssätzen? Und wenn ja, welche wären das? Also ich glaube, was fast jeder Mensch hat oder vor allem viele Frauen ist so dieser Satz, ich bin nicht genug oder ich muss perfekt sein, ich darf nicht enttäuschen. Dieses Ding von, ja, ich darf nicht enttäuschen ist so was. Und das ist auch, glaube ich, was, wo es eben Christen auch so schwerfällt, weil wir ja diesen Auftrag zur Nächstenliebe haben, der ja auch ein Stück weit manchmal selbst auf Opferung bedeuten kann. Da tut man immer zu wenig. Man tut immer zu wenig. Da habe ich auch zum Beispiel sehr lang mit Jesus drüber berungen. Was heißt das jetzt? Soll ich mich selbst verleugnen und verachten oder nicht? Ja, ich kam dann irgendwann mit ihm gemeinsam sozusagen zu dem Ergebnis, egal wie man die Bibelstelle Liebe deinen Nächsten wie dich selbst interpretiert, da steht auf jeden Fall nicht Liebe deinen Nächsten und verachte dich selbst. Und es macht ja auch total Sinn, wenn ich selbst von einem Gott überzeugend erzählen möchte, der Friede ist, der Liebe ist, der Gnade ist. Und in mir selbst herrscht Krieg, weil ich mich total niedermache, weil ich mir selbst gegenüber keinerlei Gnade kenne, dann ist es ja total kontraproduktiv und einfach nicht authentisch. Und ich glaube, dass eine gesunde Selbstannahme und eine gesunde Selbstfürsorge eigentlich auch was ist, was Gott umso mehr verherrlicht. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass unser Körper der Tempel ist, in dem Gott wohnt, dann ist es ja nur eine würdige Tempelflege, wenn wir gucken, dass es uns körperlich, seelisch, geistlich gut geht und dass wir gut durchs Leben kommen, dass wir genug Ressourcen haben und Kraft haben und ja, Liebe und Gnade für uns selbst und dann erst recht auch den anderen Menschen gegenüber. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dabei wird ja oft der zweite Teil verschluckt und dass Sie uns erzählt haben, dass das eben auch sehr wichtig ist, hat sicherlich vielen Menschen geholfen, die heute zugehört haben, denn das gilt sicher für viele, wie Sie sie eben auch schon erwähnt haben, mit denen Sie sprechen, gerade für christliche Frauen, die immer denken, ich muss, ich muss, ich muss und am Ende geht es nicht mehr. Danke, dass Sie so ehrlich erzählt haben. Sehr gerne. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. はは. Tschüss. Deineisoft vor Ort von Határ,